Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Pokémon Kristall. Yeah, macht momentan echt Laune hier aufzunehmen. Als ob man jetzt wirklich... Oh, egal. Du... Hältest du unseren Pokémon-Stand? Wer weiß doch schon. Nebulak! Okay. Alter! Eine Attacke! Eine Attacke und schon ist er paralysiert. Ist ja der Wahnsinn. Eine Attacke und schon ist er. Ah, scheiße. Sehr gut. Äh, es nervt ein bisschen der Fluch. Aber gut. Weil ich direkt wieder paralysiert bin, ist halt einfach komplett GG. Ich muss die ganze Zeit hier mit diesem verkackten Kackfluch rum. Mh, 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 mh. Level 20. Ich versuch mal Zonklinge. Ich weiß gar nicht, ob Zonklinge auch sehr fiktiv gegen Geistermann war. Das finden wir jetzt aus. Attacke ging daneben. Okay, nein. Das macht halt einfach 14 Schaden. Okay. Okay. All right. Oh, guck mal, wie nett das ist. Da kippt er sich schon selbst. Das ist doch nett. Wann schlupft denn der hier? Ja. Es bewegt sich manchmal, es könnte bald schlüpfen. Wir spielen noch ein paar Sachen. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir haben ja noch... Haben wir noch einen Meter? Ja, haben wir es sogar noch. All right! Good job! Gräuel, das ist doch keine Wurk. Nein, der Fluch macht halt einfach Schaden. Dann, 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 dann... Ach, Scheiße! Ach so! Ich hab' keine Ahnung von dem. Juhu! Sehr gut! So, Pokémon werden langsam besser und besser. Das ist doch nice! So, ich hab' keinen Paraheller mehr. Das ist nicht gut. Das heißt, ich geh' jetzt erst mal zurück. Ja, ich bin leicht müde. Ich konnte nicht so gut pennen noch die Nacht. Deswegen bin ich ziemlich müde. Oh, ein! Komm, das... das ist doch hier... ... 22. 22. Wobei, mein... ...Wonix auch schon fast 22 ist. Komm, Schuppel, Gefalle macht Fluch! Ainut noch Nachtnebel? ... ... Verleih' ich das überhaupt noch mal? Ja. Mit 3 Leben. Alles klar. Speed, Level 22. Mein Pokémon ist einfach schon der Stärkste. Gegen solche starken Monster kann man das auch nur. Lieblacklack! Oh, da bin ich vieler Willen drüber. Dann kommst direkt eine Schelle ins Gesicht. Schelle ins Gesicht, das ist auch super toll. Ich werde dich vergenusswerken. Was ist ein Wort? Vergenusswerken. Wer hat eigentlich dieses Wort vergenusswerken? Das ist doch... Das ist doch echt cool, das Wort. Solche Wörter kann man bestimmt irgendwie rausfinden, wie die so entstanden sind. Zack, noch ein Level 23. So, Onyx wird unser... Ja, ganz bestimmt. Auf jeden Fall kommt jetzt Herdner. Onyx wird unser stärkstes Pokémon. Oh, das könnte sein Ende sein. Oh, was? Oh, no! Oh, doch! Jawoll! Ich dachte gerade zuerst, nein! Huch! Da wollen wir mal kurz ein kurzer Frame einmachen. Oh, bitte so! Das ist ein normaler... Das ist ein Pokémon Sender. Pokémon Sender... Oh, 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 oh! Du, 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 du! Let's go! Dann wollen wir mal. Na, dann wollen wir mal, ne Bullock. Ja, wollte ich gar nicht. Saugeiler Volltreffer, tschüss. Ich glaube, hier ist ein Gengar der Stärkste. Als ob der jetzt ein Gengar direkt reinknallt. Hast du's nicht mehr? Sag mal, was geht denn bei dem ab? Alles klar, okay. Komm her, Gengar, komm her! Einzelkampf, komm her! Du und ich! Vielleicht jetzt nicht mit einem Pokémon, der... Oh, bleib mich. Okay, der Traumfresser gibt's als Bonus. Als TM. Dann, 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 dann! Also... Um! hmm ja auch Hypnose zu machen und Brenne also es wäre schon geil wenn ich es schaffen würde aber ich glaube ich schaffe das eh nicht weil der mich hypnotisiert ich schlaf ein der macht Traumfresser und schon bin ich tot let's go außer ich mach direkt wieder auf das wäre natürlich Premium bitte nicht Kapi abziehen ach nein Gott ich schaff den nicht also das kannst du knicken oh mein Gott das kannst du sowas von knicken oh fuck you ja sehr schön gefällt dir ne gefällt dir ne ach jetzt ist ja wieder full life was das ist doch dumm ha haus da rein als ob ja cool jetzt hat er das ist doch ein schlechter Scherz sag mal hat der genauigkeit 100% oder was ja geil alter ach du scheiße als als ob ein Pokémon mich komplett rasiert als ob ein Pokémon mich komplett rasiert das kannst du dir nicht geben und das ist ja das wäre ... ... ... ... ... ... ... So, Freunde. Ich weiß, dass die Folge jetzt wahrscheinlich ein bisschen sehr kurz ist. 20 Minuten. Aber ich würde dann doch gerne ein kurzes Nickerchen machen. Ich bin sehr müde. Und konnte ja nicht schlafen. Aber ich werde eher noch weiter aufnehmen. Dann, wenn ich ein Nickerchen gemacht habe. Ich sag tschüss. Schau dran. Auf Wiedersehen. Euer Bedeutung. Bis zur nächsten Folge von... ...Pokémon Kristall. Tschüss.